Weil alle haben gemeint, die Flash-Kills werden so schwierig. Nein! Scheiße! Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Guardians-Mission. Mag-7-Kills mit Big Warlin. Hello! Also, Swag-7-Kills sollten eigentlich locker zu schaffen sein. Darum abläuft der Swag-7-Main-Spieler. Ja, ich hab die lange Zeit ja wirklich Main gespielt, aktiv. Aber wir sind wieder hier. Weißt du noch, da war die andere Pump-Around auch. Ja, ja. Mal gucken, ob ich jetzt so ein Fail mache. Wo dich hier um diese Fässer gelaufen ist mit dem Bund. Das war ein gutes Entertainment für YouTube. Aber hallo, natürlich gewollt, ganz klar. Chris Steljes. Guten Abend. Ist ja ein bisschen Angst. Das ist wahrscheinlich wieder eins dieser Missionen, wo wir denken, es ist ultra leicht und dann... Werden wir hier poliert, meinst du? Gleich kommt so Spartaner angelaufen. Und so, so ist rein. Oh Gott, da! Ey, halt Scheiße. Mitte auch, Mitte auch. Was? Ich bin gleich tot. Was? Einer ist Low-HP. Macht euch auf eine lange Aufnahme gefasst. Der ist bestimmt Low-HP. Komm schon, komm schon. Oh, doch nicht. Null. Null. Also einer hat noch drei HP und zwar der Jim. Ja, fuck. Hallo, ich muss nachladen. Ja, nein. Wo ist der andere? Da. Ja, nice. Alter, zum Glück habe ich mich heranbezogen. Alter. Da gibt... Oh yeah, komm. Lass machen, 10. Tschin, tschin, tschin. Machen wir locker. Den machen wir hier locker hin. Alter, das war nice. Diese Knife-Round war eben sowas von nice. Bei mir. Okay. Der erste ist nicht verreckt. Der zweite killt mich einfach. Machen, du musst es machen. Ach, du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, Big Boogie klärt das. Big Boogie, was? Big Boogie. Hier, doch. Hier bei mir. Okay. Lacken. Du musst es dauernd machen. Ich habe es angefrackt. Also zwei oder so. Du musst uns weg. Oh Gott. Ja, ja. Cool, so cool. Lade nach, lade nach. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Oh Gott, die haben uns. Oh fuck, die kommen zu mir. Nein. Ich brauche nicht mehr. Scheiße. Nice, eine noch. Locker, locker. Nice. Jawohl, Mann. Aber perfekt ist es, es war... Ich bin zufrieden, dass ich nicht gestorben bin. Ach so, ich hätte... Ja, gut, läuft. Läuft. Puh. Ey, warte mal. Oh mein Gott, wir müssen blind. Wie blind? Müssen wir die Kills machen. Get blind enemy Kills. Ah, ich glaube, das wird eines der längsten Aufwand. Das ist schick. Lassen wir... Wir müssen gucken, ob wir blind sein müssen oder die Gegner. Ich hole jetzt eine Flash. Und dann gucken wir, ob wir... Wie blind sein? Das ist ja unheimlich einfach. Okay. Okay. Hey. Game, was machst du für ein Scheiß, Alter? Oh fuck, die kommen unspots. Nein. Ich flash mich. Bam, Alter. Ja, einer zählt schon. Wuhu. Zwei zählen. Genau, und... Warte, warte, warte. Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, Flash, aber jetzt habe ich keine mehr. Die machst du easy. Ich weiß nicht, ob du selbst geflasht. Ich weiß es nicht. Also ich habe eben zwei Kills bekommen, obwohl ich beim zweiten schon wieder nicht mehr geflasht war. Flash mal nur ihn. Flash mal nur ihn. Ja, hat gezählt. Hat gezählt. Echt? Oh shit, bin ich gerade nicht so. Ich dachte, wie ich hätte es geschafft. Okay. Gott sei Dank müssen die geflasht sein. Das beruhigt mich gerade. Ich muss kurz den anderen Scheiß verschmeißen. Ja. Bei dir kommen sie, glaube ich, ne? Ja, die kommen. Kommen die unten lang? Die sind geflasht hier gleich, ne? Ja, nice. Hat gezählt, hat gezählt. Oh Gott, muss kurz weg. Boah, ja. Läuft, läuft. Nur noch einer. Es ist so easy, ne? Es ist so unglaublich easy. Da kommt jetzt. Drei Shuffle. Easy. Ha! Jawoll, sieben von zehn Bärle. Weil alle haben gemeint, die Flash-Kills werden so schwierig. Ich hole noch einen Taser mit, für alle Fälle. Falls ein Vetter kommt, ne? Ja, falls ein Vetter kommt. Ich glaube, das ist schwierig, um zu swagen. Dann kommen sie bestimmt hier drin. Ja, aber Gott, nein! Ich habe einfach so auf ein Geschoss, nicht Dummbuds. Du kannst doch einfach safe holen, wenn du willst. Es sind ja nur noch drei. Obwohl, oder? Du holst drei Kills. Nee, das geht ja auch. Nice. Nur noch ein Kill. Flasht. Nein! Scheiße! Schade. Put, 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 put. Bei mir. Flash ist raus. Ach, komm! Er verpisst sich einfach. Ist ja bescheuert. Es ist nur keiner mehr da. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Hier, hier, hier. Auf der Seite. Ich flash. Ach so, ja, du flashst. Okay. Nice. Nice. Was? Ja, jetzt kommen sie bei mir. Ich habe auch eine Flasche. Ach, sie sind wieder weggerannt. Ja, die kommen auch raus. Ja, ich nehme die Pistole. Jetzt vergessen, Flasches zu kaufen. Schiebe. Wir haben erst zwei. Scheiße. Ja, jetzt haben wir erst zwei. Das war eine Wii. Das war wieder so typisch. Die erste Runde läuft eigentlich immer ultra gut. Also, wenn man was versucht. Und dann verkackt man aber doch zum Ende hin. Und dann ist es nur noch ein Krampf. Aber die machen mal kaputt. Ich sage das. Die machen mal kaputt. Macaroni. Macaroni, doch. Where are they? Warum können die netiert kommen? Da bei uns weicht. Ja, sind wir der On-Spot. Sind On-Spot. Achtung, ich fleisch es raus. Und go. Hey. Ist die noch mal weggefallen? Ja, ich habe vielleicht durch. Vielleicht durch. Ich lade kurz nach. Ihr seht. Nice. Und der andere ist nicht da. Ich habe noch eine Flasche. Eine, eine. Ich glaube noch. Ich glaube, der hat sich komplett eingekackt. Mit Angst. Da oben hockt er. In dem Container drin. Warte, ich schmack. Ah, da kommt er. Er kommt, er kommt. Nice. Ja, dreistig. Okay, drei easy peasy Kills. Jetzt kommen die Dicken. Geh du an. Geh du an. Wir sind wieder auf deinen Spot. Ich gehe hier hin. Und ich gehe sogar ein bisschen hinten hin. Und wir lassen sie einfach close kommen. Auf den Spot oder so. Ja. Oh, oh. Ja, die sind im Container. Fleisch ist raus. Oh, scheiße. Ich verschaufe einen. Alles cool. Ja, einer noch. Warte, ich habe noch eine Flash. Ich habe noch eine Flash. Einer hat nicht gezählt. Einer hat nicht geflasht. Der zählt. Siehst du was? Nice. Einer noch? Ich habe noch eine. Ja. Der ist da drin, oder? Au, au. Okay, nice. Halt, er ist ein Decoy. Ist ein Decoy von dem, oder? Da da oben hockt er. Hast du noch eine Flash? Der hockt den Container drin. Ich flash in ihn rein. Flash ist raus. Was? Ich wollte gerade sagen, ihr vermisst sie wieder. Nice. Also wahrscheinlich habt ihr von der Mission gesprochen, wo man scheinbar selbst geflasht sein muss, um Kills zu machen. Das ist bestimmt schwierig, aber die war ja easy hier. Ja, auf jeden Fall. Was zur Runde-Mission gibt es auch? Ach du Scheiße. Ja, aber wir sind jetzt bei 12, na 13 Minuten. Läuft, passt, optimal zum Schnippen. Und ja, ich bedanke mich direkt wieder an der Stelle hier bei euch zum, oder fürs Zusehen. Lasst es uns wissen, wenn es euch gefallen hat und werdet die letzten Worte. Kartoffelsalat. Ich bin aber zuerst ein... Ich bin aber zuerst. Ich bin aber zuerst. Bis zum nächsten Mal.